Servus, Türchen, 14 im Dezember, Weihnachtsaktion unter der Rubrik Eure selbst gezeichneten Tierbilder präsentiert von Chroniken der Spiele, Hautsäxion Knuffe. Öffnen wir gemeinsam das 14. Türchen und sehen, was sich dahinter verbirgt. Heute erleben wir einen handelsüblichen Bleistift. Er wurde bereits angemessen, zeichnet aber dennoch noch wild und rassig wunderbare Tierbilder. Weiter unten sehen wir ein Wolfspärchen. Ich habe dieses Bild noch mal etwas nachgedunkelt, damit man die Linie noch etwas besser sehen kann. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Man sieht hier einen stattlichen, starken, männlichen Wolf und eine süße, liebreizende, weiche Wolfsweibchen. Und die beiden sind ein Pärchen. Sie haben sich lieb, sie haben sich gefunden und voller Stolz und voller Liebe und Verliebtsein belegt der männliche Wolf sein Weibchen. Er säubert sie vor Schmutz, ungeziefer und markiert somit auch den Standpunkt. Das ist meins. Aber sie sehen sehr, sehr glücklich aus. Sie berühren auch ihre Pfoten miteinander und sind sehr innig und lieben sich sehr. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Zeichnung, ein sehr schönes Tierbild von diesen zwei Wölfen. Ich hoffe, es sind auch Wölfe. Nicht, dass es dann doch ein Fuchs ist oder ein Weasel. Nein, es sind Wölfe einfach. Und ich wollte noch mal Danke sagen für dieses schöne Tierbild. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, wie süß. Ja, dieses Foto, nein, dieses Bild, diese Zeichnung, VOTED IS. Und ja, wir erleben uns und sehen uns im nächsten Türchen. Da zeichne ich ja dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao. Crony out.